So Freunde, heute geht es wieder los. Es wird gekocht. Wie man hört, lecker deutsch. Wie nennen Sie das? Keine Ahnung, netter Name für ein Gericht. Weißkohl mit Rindfleisch. Gekutertes Rindfleisch oder Gulasch, Hartfleisch. Dazu gibt es Kartoffeln. Ich sehe schon, der Mann kann mit dem Messer umgehen. Können wir irgendwie eingreifen? Nö. Wie wenig Arbeit wollte ich noch wegnehmen? So wenig Arbeit, ich wollte mir noch was wegnehmen. Aber ich weiß ja, viele Köche verderben den 3. Wollt ihr keine Arbeit wegnehmen? Nee, du bist dran, fehlt dir nix. Alles gut, ne? Ja. Ja gut, hier ist noch nicht so viel zu sehen, wir gucken gleich noch mal. Genau, wenn alles frucht ist. Kommt erstmal nur Kohl rein. Ein bisschen Brügel, ein bisschen Wasser oben drauf, bedeckt. Okay. Dann brate ich das Fleisch an. Oder ehrlich gesagt, ruhig braten, nicht anbraten. Also wir haben das vorher gemacht und dann kommt das dazu. Das kommt dann erst braten und dann da rein. Genau. Okay. Okay. Ja. Das wird uns schmecken. Heute Abend tritt die WG wieder zusammen, um gut zu essen. Das wird langsam zur guten Sitte. Einmal in der Woche wird gekocht. Bitte? Das ist ja doch Abnehmen-Essen eigentlich. Abnehmen-Essen? Warum? Nur wegen Kohle? Nee, ist ja fast keine Ahnung. Kohle ist gesund. Wir brauchen ein bisschen vielleicht. Ja, ist sehr gesund. Gut. Ehrlich. Ah, hier wird also heute nach Kalorien-Aspekten gekocht. Also Marcel wollte abnehmen. Ja. Ich auch. Aber nur wenn das sofort passiert. Nach dem Essen müssen wir gleich ein paar Kilo wechseln. Sonst wäre das nix. Das werden wir glaube ich nicht hier. Ja, schade. Dann kommen wir es gern. Gut, wir wollen nicht weiter stören. Also ich will nicht weiter stören. Ich laufe sonst so viel Müll hier. Genau. Ja, genau. Danke. Und es geht rein. Apple Boy. Gut. Dann ist der Tisch leer, werde ich mich jetzt mal drum kümmern. Mal schon mal decken. Und es dauert noch ein Stückchen. Aber macht ja nix. Je eher die Arbeit getragen ist, desto früher können wir uns entspannen. Jetzt gleich mal Kohle hier, nackt. Hey. Wollen wir mal auf die Erde? Boah. Die kriegen wir doch immer mehr kochen. Nicht? So schlimm. Dann müssen sie durch. Die sind nur leidig, statt sie nicht mitmachen. Klar. Die Ladies. Ich guck das Ganze rein, oder? Also für dich Salz, ne? Achso. Für Marcel, genau. Ich hab die Stelle nachher am Tisch. Ja, ich glaub das nehm ich mit. Da brauchst du auch kein Salz. Das ist alles genutzt an diesem Zeug. Das ist sogar Bio. Und Glutamat. Ander Bio und da sollte kein Glutamat drin sein. Also. Ja, ich mach die Seite auf. Oh, hier hat einer gespült. Marcel, hast du gespült, oder? Oder spülen lassen. Und ausgeräumt. Ja. Ja. So. Deckel drauf. Ja, und da gibt's ne Drinkpause. Und dann kommt das Fleisch. Das kann man auch bisschen machen. Jetzt mach ich Kartonkenschläse. Dann brauche ich das Fleisch. Das ist ja immer was richtiges vorgenommen, ne? Gar nicht. Kartonkenschläse. Bei uns werden Tüten aufgerissen. Und gut ist. Ja. Nudeln auch. Ja. Hier kommen wieder unsere lustigen Tierservietten zum Einsatz. Ein Panda. Wie süß. So. Steck fehlt noch. Kommt gleich noch. Ja doch. Der Mann von meiner Schwester ist ein richtiger Indonesier. Ja. Also ist es auch nicht mehr so streng. Ja, aber ich mein, es passiert ganz selten. Okay. Dass die es nicht so vermischt haben. Ja, dass sich die Trennung dann doch. Schlimmer als eigentlich hier, ne? Nee, halt nicht schön. Ja. Auch schlimmer als in Amerika vielleicht, ne? Ja, Amerika wäre alles frei kochen. Alles verhalten. Wieder mit jedem da. So, Lehrgang Kartonkenschläse. Ja, vor allem in einer ganz interessanten Haltung. Ich knie auf den Boden vor der Papiertügel. Nicht schlecht. Ich mach immer links, aber links, aber rechts. Also? Ja, mal links, aber rechts. Also? Ja, mal links, aber rechts. Mit aufstehen gleich. Also. Und was man alles achten muss, ne? So, was man alles achten muss, ne? So, was hätte ich es nie gedacht. So, was hätte ich es nie gedacht. Mal links, aber rechts. So, mit den Beinen. So, mit den Beinen. Ich hab's schon mal gemerkt. Ich hab ja was immer. Brauchst du Chili? Ich hab so ein Bergwort Chili noch. Nee, wir können auch. Frische Chili. Die nur so ganz reinlegen. Ja, das ist ein bisschen schärfer. Zwei, drei Stück. So, nur reinlegen. Komplett ganz. Aber ich will ja nicht reinfuschen. Nee, lass mal raus. Die haben es ja auch schon gemacht. Ja, aber man hat auch nichts nach. Damit der ein bisschen schärfer reinkriegt. Ja, ja. Komm auch. Da sind sie. Nehmen wir mal eine rote und eine grüne. Die sieht gut aus. Rot-Grün-Weiß. Sehr schön. Müsst uns noch in einer halben Stunde merken, wenn die Brühe probiert. Ob scharf geworden ist oder nicht? Ich denke schon. Weil wenn die so zu zulässt, ist das auch nicht ganz so schlimm. Aber es ist moderat sein. Nichts wieder Kokos, ne? Nur so ein bisschen. Schmeckt das nachher auch so? Nee? Dust du denn noch rein? Bist schon Salz-Ferber. Komm nicht wieder rein. Also wir können... Du bist jetzt heute dran. Heute ist so ein langweiliges... Alles läuft. Die Star-Köcher, die machen auch nur Salz und Pfeffer eigentlich rein. Ja. Und der Geschmack, den Allgeschmack, das Hackfleisch ist... Und Kohl. Genau. Und Kohl. Ja. Für manche Sachen muss man glaube ich überwürzen, damit man den Geschmack noch hat. Ist ja richtig. Auch die genießen ja, wenn die so... Steinsalz. Wie war der denn jetzt? Pakistanisches Kristallsalz. So, was hatten wir jetzt noch nicht? Gibt? Gibt's da... Kollege, halt mal fest. Ja. Und dann machst du mal... Ich muss das mal probieren, ob da doch wirklich ein Unterschied ist. Mhm. Also wie das schmeckt. Also... Die malt aber fein. Mein lieber Freund. Die kannst du ja einstellen. Mach's noch ein bisschen probier. Na ja, zumindest ist es mal ganz schön salzig. Ja. Ja, jetzt schießt der aus. Nee, 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 ne, ne, oder bitte? Zuruf. Ja, du hast du noch... Dicken. Okay. Ist das die Frage? Also ich sag ja tatsächlich, ist ja meistens alles so ein bisschen schick, wie ne. So wie mit Murray River oder so. Aber ich finde das schon, dass es auch anders schmeckt. Also das hat schon einen Unterschied. Das Gericht sauzig genug ist, am Ende. Ich glaube, da muss er noch ein bisschen drängen. Tja, dann lassen wir's auf dem Tisch stehen. Dann kannst du dann Gas geben. Ah, das wird schon. Das Problem ist, wir brauchen halt diese Herdklappe für die Kartoffeln. Super Kartoffeln. So Freunde, damit wird das Fleisch angebraten. Das roch eben ganz intensiv nach Kokos. Ist mittlerweile vorbei. Und wie wir vorhin gehört haben, können wir uns auch damit einkreben. Ja, cool. Das machen wir nach dem Essen, oder? Nach dem Essen machen wir Gemeinschaften, die es einkreben. Das wird Spaß werden. Da ist jetzt nur Salz und Pfeffer. Ja, mehr nicht, tschüss. Ich weiß es schon ist, aber das ist ich etwas gerne so. Das ist ja ok, wir wollen ja so essen wie du es kaufst. Nicht wie wir es gerne hätten. Nein, das brauchen wir so ein bisschen. Nein, das brauchen wir so ein bisschen. Ja, das ist ja auch. Dann oben ist ja gleich gut. Da kann man das auch rein. Ja, genau. Und das kann man ja da dann auch machen. Ja, das soll ja nur wegen der Zwischengeschichte. Farbe. Ja, machen wir doch. Farbe. Und das ist auch ein Patsch. So, hier wurde jetzt das eben in der Pfanne angebratene Fleisch dem Kohl hinzugefügt. Und das bleibt tatsächlich so dünn? Ja. Wie soll das dicker werden? Das ist dann nicht da. Ja, nee, ist klar. Kann sich ja keiner binden ein bisschen. Aber okay, nee. So eine Suppe. Ja. Nur mit Kohl dazu. Ja. Wir lassen uns überraschen. Das kennst du nicht. Nee. Kenn ich nicht. Also ich kenn so eh nicht, aber nicht so. Aber macht ja nix. Jetzt bin ich mal hier. Dann kannst du noch ein bisschen. Ja, mach nicht so viel, ey. Was? Geschmack? Ja, das ist doch. Ja, das ist doch. Das ist doch. Das ist doch Bio. Das heißt ja nicht, dass da kein Salz an ist. Aber gut. Aber gut. Aber. Da kommt noch jeden Bus. Ein Bus vorfahren da so eine Portion. Ja. Eine ordentliche Portion. Na gut. Ein Kohlkopf ist schon eine ganze Menge. Aber vielleicht. Na gut. Je länger das dauert, je mehr Hunger kriegen wir. Ja. Ja. Das ist jetzt schon erforderbar, oder? Ja, ich glaub schon. Ja. 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 Ich hab doch mal. Er hatte mal so eine Runde. Ja, glaub ich dann noch da vorne verschenkt. Die war. Ja, wenn noch mehr kochen geht hier nicht, oder? Jetzt? Ja, schon. Natürlich geht das. Wer nimmt den Massen? Ich weiß, was ich vergessen habe. Magie ist was für Leute, die... Ich weiß, was ich vergessen habe. Nicht kochen können. Ich wollte zum Schluss Magie drin gemacht. Dann schmeckt es so ein bisschen Honig. All-round-Würzel. Was? Honig. Ja, Kohl ist gut. Ich bin süß. Das passt. Da muss ich jetzt loben, dass das passt. Ja, das war glaube ich zu wenig. Aber egal. Ja, mach nicht zu viel. Das ist ja für dich ja nix. Das gehört aber dran. Das gehört aber dran. Das kann ich mir sogar gut vorstellen. Ich kann mir eine ganze Menge vorstellen. Ich kann mir eine ganze Menge vorstellen. Ich kann mir eine ganze Menge vorstellen. Ich kann mir das viel mehr Geschmack dann. Und so eigentlich. Ja, aber Honig ist gut. Weil der Kohle hat an sich eine leitgesüße. Damit unterstützt er dann nochmal so ein bisschen. Das passt. Gut, wenn ich das in Klobi reinhauke, der wechselt schon. Ja, das ist ein Klobi. Aber jetzt ist... Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Leute, es ist angerichtet. Juhu. 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 Danke. So, fertiges Produkt. Von außen nach Ende. Ein paar Kartoffelchen dazu. Genau. Ganz wichtig, meint der Kollege. Maggi wäre wichtig. Ich habe ganz andere Meinung, aber okay. Wie gesagt. Wenn dann... Also, als Alternative dazu eine schöne Boostersauce oder eine Sojasauce. Aber doch nicht so komische Knochenkram. Ich brauche das gar nicht, glaube ich. Schön knetschen, schön matschen. Aber gut, gib mal... Du hast ja keine Sojasauce, Alex. Das macht ja nichts. Doch. Ja. Außer du willst keine. Doch, schon. Aber dann macht man doch schön. Ja, okay, jetzt schon. Aber gut ist ja... Das ist gar nicht so. Der Chef. Nee, vorne weg schon, ey. Erstmal probieren. Der Kollege. Kannst doch nicht... Doch. Und der Schneider. Er hat erstmal eine Suppe gekocht. Aus der Tüte. Der Schneider. Ja, das ist eine frühe Arbeitsgruppe. Er ist mittlerweile leider schon tot. Genau. Und der hat auch. Bevor er mal probiert hat, erstmal Salz dran, Pfeffer dran. Egal. Zu viel Salz gegessen. Nee, zu viel Rot hätten wir ja auch. Schlechte Gelde. Gut. Also ich greife dann, falls es dann nur notwendig ist, so... Schmeckt gleich. Interessant, oder? Wäre besser, ne? Anders. Weil du bist ein bisschen mischt und dann ist es anders. Ja, das musst du mal nehmen. Weiß ich auch nicht. Ich probiere erstmal so. Also ich bin erstmal einer der Probleme machen. Und dann kann man wieder sagen, wenn man machen muss. Ja, ich mach nächstes Mal mal einen Kupfer rein. Oh, hat ja keiner ausgesagt bis jetzt. Nee. Aber was so... Alles gut. Geschmacklich. Explosion auf der Zunge. Au! Lass mich mal aufnehmen. Aber er läuft, Kollege. Aber er läuft. Scheiße. Jetzt kommst du auch sehr normal nicht mehr raus. Ja. Das musst du unterstellen. Tröpfchen vor Tröpfchen. Wie viel schmeckt ganz anders. Was du kochst. Du kochst ja mehr so... Hm, weiß ich auch nicht. Wie kochst du? Ich koch alles. Ich koch ja alles. Das ist ja gleich. So, kommt so. So. Ich muss hier nochmal die Jacke ausziehen. Warum? Ja, warm. Zu scharf. Also, anders. Nee. Hm? Das ist gut. Ich nehm ja auch. Mach nur noch. Dann auch Steckrüben. Was ist das? Steckrüben machen. Ja. Steckrüben. Auch so? Steckrüben. 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 watchors. Dann weiß ich auch so wenig eigentlich. Und dann den Kohl was dazu. Mhm. Ah ja. Also, den Steckrüben ist auch ganz gut eigentlich. So, bisschen süßlich so. Find ich auch ganz gut. Aber ich pitch. Ich hekt es mit wirklich gleich. Also, wao ist alles fair. So, aber ich werde jetzt nicht abnehmen, wenn die dauto�? Ja? Vorg Drug auf die Waage geht. Nein. Entschuldigung. Und die ist aber nicht so scharf. Das ist so schön, eigentlich gut, oder? Ich spitze es noch ein bisschen, oder? Ja, drei Stück pro Mann. Mit dem Reis, genau das gleiche. Das ist nicht schlimm. Hast du es gemacht. Okay, die letzten zehn waren wir höher eigentlich. Drei, das waren drei Stück. Pro Person. Ich hab die Tüte geguckt. Die zehn waren wir höher. Ja, egal. Wie beim Reis jetzt mal, ne? Das hast du auch gesagt, guck mal, noch mal rein. Na ja, gut, dann schieb ich wieder, ganz rein. Aber ich hab ja alles gegessen, ne? Ja, ja, stimmt. Ich hab noch geblätten Reis gemacht, am Ende. Zum Schluss. Gut. Dann machst du ja nicht umsonst, alles gut. Ja. Ja, die geht ja weiter. Ja. Du kommst auf die 66 Richtung Fulger. Und drückst du auf die 7. Genau, da kommst du auf die 7. Und dann kommst du auch auf die 5. Und dann kommst du auch auf die 4. Ja, aber auf der 7 bis 3 mal so ungefähr. Und so, oder? Ja, aber auf der 7 bis 3 mal so ungefähr. Ja, aber auf der 7 bis 3 mal so ungefähr. Ja, ich fühl mich beobachtet. Ja, jetzt müssen wir mal ganz kurz. Was? Eine Umfrage starten schnell. Zu unserem Backtest. Also ich sag mal, wie immer, nur ein bisschen schärfer. Du sagst wie immer, also wie zu Hause und ein bisschen schärfer. So, und wir können nicht sagen, wie immer, wir kennen das noch nicht. Wie hat es dir geschmeckt, Kollege? Ja, eigentlich sehr gut. Okay. So, und jetzt auch geschmeckt, man musste halt ein bisschen nachwürzen. Gut Fazit, geschmeckt hat's, ein bisschen nachwürzen, passt's. Und der Vorteil, wir nehmen jetzt über Nacht ein bisschen ab. Ja. Es passt. Genau. Und außerdem steht noch was da für Nachschlag. Ich kann so nachwürzen. Vielleicht nehmen wir noch mehr ab, wenn wir, je mehr wir essen, kann ich? Dann nehmen wir noch mehr ab. Okay, das war unser dritter Kochtag. Es geht weiter, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Irgendwo aus Deutschland oder aus irgendwelchen Küchen. Tschüss.